Ja, Ratter-Samm-Gebiet ist eigentlich eine einfache Karte, wenn man weiß, wo man hinlaufen muss. Ich zeige euch jetzt mal, wie man hier zu den ganzen fünf Aufsichtspunkten kommt. Und wenn man die Karte komplett machen will, so wie hier, dann muss man nachher auch hier in die Portale rein eiern. Und da kommt man halt zu den restlichen Sehenswürdigkeiten oder halt hier Wegmarken. Jo, ich habe ja die Karte schon komplett. Jetzt gucken wir mal, was wir für eine Belohnung kriegen. Gelumpf wie immer. So, viel Spaß mit dem Video. Ratter-Samm. Wir sind hier Markviertel des Gründers, also Trithöchste Ebene, Oberfläche. Wollen hier zu dem Aussichtspunkt und starten hier Wegmarken, Magustanhof. So, der Aussichtspunkt ist ja da oben. Jetzt muss man einfach nur hier an diesen Wurzeln hochlaufen, springen. Hier muss man nochmal aufpassen. Normal kann man hier seitlich entlanglaufen. Jo, geht auch. So, und dann sind wir auch schon da. Ja, Ratter-Samm. Immer noch. Wir sind, ja, Trithöchste Ebene, Markviertel des Gründers. Stehen Wegmarke, MagicCathof. So, wir müssen jetzt in ein Portale reinlaufen und zwar jenes hier. zum Gegenabend-Ankerplatz. Weil da ist der, ja, für mich dann, äh, letzte Aussichtspunkt gewesen. Da unten ist er. Also hier. Und da eiern wir jetzt mal hin. Läuft mal hier unten rein, da muss man wieder ein bisschen springen und dann ist man da. So, hier muss man nicht ganz hoch springen. Reicht, wenn man hier so stehen bleibt und dann F drückt. Ja, wir sind hier in Ratter-Samm. Und ich bin auf der, ja, ich würde mal sagen, Untergrund-Ebene, zweite Ebene. Hier unten bei dieser Union der Synergetik gibt es einen Aussichtspunkt, da ist super einfach hinzukommen. Das zeige ich euch jetzt mal. So, ist ja hier oben. Jetzt muss ich nur einfach nur, bevor ich, genau, hier drauf springen. Äh, nicht, jetzt hier mal die Momale. Komm, dann bin ich da neben gesprungen. Komm mal so. Ja, und dann so da hoch laufen. Und dann ist hier, äh, ein Stück printen. Hier noch so ein Stückchen-Dingsbums und dann ist man dann auch schon da. Die besten Preise weit. Wir sind, ja, tiefen Ebene, also die unterste. Wir stehen hier bei Studierplätze der Nährlinge, also hier vorne. Hier ist ein Aussichtspunkt. Einfacher geht's nicht. Da oben ist er. Wir laufen einfach hier hin. Jumpen da drauf. Gehen da hoch. Und klotzen sie uns an. Wir sind tiefste Ebene, Wegmarke, zusätzliche Studienräume. Hier ist ein Aussichtspunkt. Da laufen wir jetzt mal hin. Das ist, äh, sehr einfach. Einfach mal aufs Eck hier. Da hinten ist er schon. So, dann müssen wir jetzt hier hin. Da rüberspringen. So, sehr, mal gucken hier. Und nochmal springen. Und dann sind wir auch schon da. Also, ziemlich einfach. Einfach hier so rüber gelaufen. So, dann sind wir hier jetzt hier.